Um mit dem Sturmsoldaten von Level 15 auf Level 16 zu kommen, müssen wir 10 Gegner in der Region Wild Coast in weniger als 40 Sekunden töten, 5 Gegner während wir entdeckt wurden ohne getroffen zu werden und 2 mal 2 Gegner innerhalb von 3 Sekunden mit 2 verschiedenen Schusswaffen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Zeitlimit-Dinger hier mit 40 Sekunden, dass ich die hasse? Tja, gut, dafür benötigen wir auf jeden Fall einen Ort, an dem genügend Wachen sind. Was haben wir da? Standort der Selbstversorger. Haben wir hier etwas? Da, da. 10 Gegner innerhalb von 40 Sekunden. Könnte knapp werden. Nomad. Nun fängt er mal wieder gut an. Sollte eigentlich ein Fallschirmsprung werden, aber ich habe wohl zuerst die Vorwärts-Taste gedrückt und dann die Leertaste und dann passiert eben sowas. Zwei Gegner innerhalb von 3 Sekunden mit 2 verschiedenen Schusswaffen, das wird super eng. Ich habe hier hinten Stimmen gehört, deswegen laufe ich mal hier in diese Richtung. Ach, da ist einer. Ist aber nur einer, na toll. Feinde in Reichweite. Richtig gut. Feinde in Reichweite. Richtig gut. Ja. Hm. Schade, wenn das jetzt so eine kleine Zweiergruppe gewesen wäre. Vorne sind auch noch Stimmen. Dann machen wir mal einen Schalldämpfer ab. Sowohl von der Pistole als auch vom Gewehr. Dann hoffen wir mal, dass das Ganze klappt. So, erst den. So, das waren die Ersten. Das Ganze müssen wir dann noch einmal machen. Jo. Bestätigt. Aber da vorne sind noch weitere. Oh, Mann. Ich bin ein Busch. Du siehst mich nicht. Zum Glück haben die keine Spiegel. Da. Oh, und da hinten eine Wolf-Patrouille. Da ist nicht so gut. Ich bin ein Busch. Ich bin ein Busch. Ich bin ein Busch. Ich bin ein Busch. Das ist noch nicht vorbei. Oh, Tanya! Nice. Damit hätten wir das geschafft. Bleiben noch zwei Herausforderungen. Die Munition einsammeln. Schauen wir doch mal, ob wir jetzt hier vielleicht in der Nähe von was anderem sind. Ne, wir müssen weiterhin zu dieser Fabrik da oben. Was ist es? Frachthafen. Ja, zum Frachthafen müssen wir. Da war der Absturz ohne Fallschirm doch gar nicht so schlimm. Ich glaube, das war's. Ohne den Absturz hätten wir jetzt diese erste Herausforderung noch nicht geschafft. Aber fünf Gegner ohne entdeckt zu werden, äh, während wir entdeckt wurden, fünf Gegner ohne getroffen zu werden, das wird hart. Ich bin so froh, wenn, wenn wir mit dem Sturmsoldaten durch sind. Alter Schwede. Vielleicht steht da mit Sturmgewehr? Ne, einfach nur töten. Oh, oh, fuck. Ich bin nicht hier. Okay, da sind zwei drin. Ne, gar nicht. Einer ist drin. Geht das? Ja, kriegt nichts mit. Sehr gut. Aufpassen. Die Autos. Oh, ich hab hier die KI-Kameraden an. Fällt mir gerade auf. Die haben wir doch immer aus. Schade, dass man hier nicht kann C4 an Wachen kleben kann. Ich brauch stationäre Wachen. Bei 40 Sekunden ist eigentlich relativ lang, ne? Das Problem ist, da oben ist ein Geschütz. Also da. Da. Da hinten irgendwo. Glaube ich. Oh. Verdammt. Verdammt. Hier sind Feinde. Bereit, weiter. Roger. Es kann losgehen. Vorsicht. Ich... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Munition ist gleich all. Wie viele noch? Oh Gott. Oh, das waren keine Feinde. Oh, shit. Oh, es hat mich aufgeschafft. Nice. Okay. Ich bin gleich tot. Ich komme nicht weg. Oh oh. Ob das was bringt? Nee, ich kann mich nicht einbuddeln, weil ich so stark verletzt bin. Oh oh. Oh oh. Ich versuch's. Oh Gott, Auto. Auto, Auto, Auto. Ah. Verdammt. Ich dachte gerade noch, wenn jetzt ein Auto kommt, wäre das eigentlich der ideale Punkt, um zehn Gegner zu töten. Äh, um fünf Gegner zu töten, ohne getroffen zu werden. Aber, dass das Auto gerade ankommt, wenn ich mich verbinde, ist, 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 das war halt blöd. So, in welcher Richtung? Da. Fünf Gegner, während wir entdeckt wurden, ohne getroffen zu werden. Dann können wir den Schalldämpfeier abmachen. Wobei, ich weiß, dass hinter diesem Lager zwei Scharfschützen stehen, wenn das der Ort ist. von dem ich denke, dass er es ist. Ja, hier. Nummer eins. Der andere steht da hinten. Auto. Bäm. Gut. So, wenn ich jetzt den Generator ausschalten kann, vorausgesetzt ist einer da, das ist nämlich auch ein bisschen randomisiert. Er ist da, das ist gut. Und dann brauche ich keine Angst mehr vor den Geschütztürmen zu haben. So, fünf Gegner, ohne getroffen zu werden, mit dem ich entdeckt wurde. Hey, ich will keinen Ärger. Ja, das ist kein Ding. Ich bräuchte einen guten Ort. Bitte, lassen Sie mich in Frieden. Der Ort hier ist nicht gut. Ein Ort von dem... Ah, guck mal da. Ich versuch's einfach. Ich weiß nicht, ob das schon als entdeckt zählt. Ich versuch mal, das Ding hier zu zerlegen. Die zählen ja oft auch als Gegner. Ich weiß nicht, ob die auch als Gegner zählen, wenn... Ich sie deaktiviert hab. Okay. So, jetzt wurde ich auf jeden Fall entdeckt. Ah, und getroffen. Verdammt. Ah, shit. Nein. Nun. Er lebt ja doch noch. Ich hab schon gedacht, er wäre tot. Ah, Mist. Ich hasse diese Entdeckt... Diese... Diese Challenges, bei denen man entdeckt worden sein muss. Das ist echt richtig ätzend. Auf extrem. Auf einfach oder auf normal. Kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich easy ist. Weißt du was? Hallo, Scharfschütze. Okay, die haben mich entdeckt, auf jeden Fall. Das waren zwei. Vielleicht auch einer, je nachdem was gezählt hat. Das Problem ist, ich hab hier keine Sicht. Da. Ich weiß nicht, ob ich die getroffen hab. Jetzt weiß ich, dass ich sie nicht getroffen hab. Der Scharfschütze hat so wenigstens auf mich geschossen. Ich hoffe, das zählt als entdeckt. 20.000 verdienten Kopf. Jawohl. Sie ist dumm, was hier macht. Noch ein paar Pülze einsammeln. Stern des Todes. Da. Oder? Ich weiß, du bist hier. Komm raus. Oh nein, da. Ist der jetzt tot oder lebt er noch? Keine Ahnung. Ich glaub. Das zählt nicht als entdeckt. Der Scharfschütze hat unsere... Hat uns nicht gemeldet. Er hat einfach nur geschossen. Ist schlecht. Ich find keinen mehr. Da. Der hat mich getroffen. Ja, shit. Eins. Zwei. Wenn die als Gegner zählen, natürlich. Das sind keine Gegner mehr da. Zumindest nicht hier. Wo ich rumlaufe. Hm. Ein Auto käme mir sehr gelegen. Was? Was ist hinter mir? Hallo. Hallo. Also wenn die Thronen gezählt haben und die Entdeckung gezählt hat, müsste es nur noch einer sein. Zählen nicht. Die haben immer nur ein paar Batterien oder sowas dabei. Tja. Da. Hat nicht gezählt. Aha. Wie nervig. Das ist echt nervig. Was machen wir denn jetzt? Zum anderen Ort fahren oder uns töten lassen? Ein Auto wäre eigentlich echt gut, ne? Das sehen wir ja relativ gut, ob wir entdeckt wurden. Und es sind meistens so vier Gegner drin. Das müssten dann natürlich vor einem anderen Stützpunkt sein oder so. Hier unten wäre noch die Hybrid-Motor-Fabrik. Schauen wir mal dort. Sollen sie fünf Gegner werden? Sie entdeckt wurden, ohne getroffen zu werden. Muss das einmal entdeckt worden sein? Oder können das auch mehrere sein? Der hat mich entdeckt, oder? Ich hoffe es. Wenn ja, war das Nummer eins. Ich glaube, überfahren zählt nicht als töten, aber das zählt als Unfall, gell? Oh, guck mal. Eine Patrouille. Also eine. Keine Ahnung. Ein Bewahrungsposten oder sowas. Granaten. Und zwar die MK2-Mari. Oder den, genau. Schon lange nicht mehr benutzt. Hier bin ich, hallo. Der hat mich nicht getroffen, ne? Ne. Nice. Dann wären das jetzt theoretisch drei. Das muss ja eigentlich als Kill zählen, ne? Weil alles andere wäre Schwachsinn. Jetzt noch ein Auto. Habe ich eine Stimme gehört? Nee. Jetzt noch ein Auto und dann hätten wir es eigentlich. Oder da. Die da. Das sind aber drei. Oh. Vier sogar. Oh je. Waren das sechs? Okay, also es zählt offenbar nicht, wenn es mehrere verschiedene sind. oder eins, zwei, drei. Ja, vier Stück. Drei oder vier habe ich das hier getötet, als ich schon entdeckt wurde. Aber es hat nicht gezählt. Schade. Sehr, sehr schade. Dann bringt mir auch so ein Auto nicht so wahnsinnig viel, wie da hinten eins kommt. denn da sind nur drei Leute drin. Zwei oder drei. Sehr schade. Wenn ich das gewusst hätte oder geahnt hätte, dann hätte ich können die fünf jetzt mit dieser Patrouille von eben schaffen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Da haben wir nur vier. Ich bringe mir rein gar nichts. Denn wir brauchen fünf. Wie weit ist denn diese Übrig-Motor-Fabrik noch? Ah, nicht mehr so weit. Da unten ist da vorne ist ein Standort, ein Skaltstandort. Da haben wir ein kleines Auto. Zwei Teams warten auf die Ausrüstung, um ihre Umgebung zu sichern. Willst du ein Gewehrkolben gegen das Kinn? Scheiße! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jetzt hat es gezählt? Okay. Damit sind wir dann auf Range 16. Nice.